Das Evangelium des sechsten Sonntags im Jahreskreis trifft dramatisch den Nerv unserer Zeit. Inmitten dieser Pandemie, die uns in Österreich schon seit gut einem Jahr begleitet, würde ich doch auch gerne den Satz, ich will es, werde rein, hören. Und am liebsten wäre es mir, wenn es sofort eintritt. Vielleicht ist das Rein- oder Heilwerden, von dem im Evangelium gesprochen wird, aber ein Prozess und in unserem Fall befinden wir uns noch mittendrin. Der Aussätzige übergibt Jesus in vollem Vertrauen darauf, dass er es gut machen kann, sein Schicksal. Dieses tiefe Vertrauen rührt Jesus an, er leidet mit und lässt ihm Gottes Liebe und Erbarmen zuteil werden. Ich wünsche uns ganz besonders dieses tiefe, vollkommene Vertrauen auf Gottes Liebe und nach. Das war's.